hallo und herzlich willkommen auf meine jacht mit dem blöden gast aber ignoriert den einfach gut genau wir waren letzte folge auf der jachte und auf der jachte ich erinnere mich auch ich glaube ich weiß wo das nächste weg springen das müsste ich glaube ich doch gleich ist kann man da in den ring einspringen ist so cool ich will den ring mitnehmen aktuell habe ich noch vor mir also ja aber man kann ihn halt nicht aktiv auf nee das leider nicht warte auf mich schau mal ich habe ein geschenk für dich was mir ist doch nichts bei mir ist jeder rettungsring hier soll ich erinnere mich doch hier hier irgendwo hier war doch was zum weg springen war die bären die kommen gerade recht richtig geil doch hier bei so einem großen baum ja kommen näher bekommen ja ich erinnere mich noch es war hier irgendwo hier in der nähe ist ein großer raum es war relativ knapp an der kante hier das weiß ich irgendwie noch schau mal hm 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 , hm 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 das erinnert mich auch noch da ging es dann auch hier runter du bist so weit weg wo doch in der ersten staffel war das so einer der ersten wege wo wir runter gegangen ich glaube ich weiß welchen du meinst unten dann irgendwie so ein boot ist oder ja genau hier ist es ja wohl ist schon weggesprengt was das ist noch schon da und ich könnte das was enthalten nehmen das ist schon weggesprengt ja das ist irgendwie schon offen und dann das ist magic komisch wo bist du ja du bist durchgelaufen und ich habe mal bin noch mal stehen geblieben da war noch eine stelle gesucht wurde gesagt dass ich gefühlt sind wir schon zu weit weg und haben wir nicht umgedreht ach so weh da ist wieder nichts drin sollte was drin sein ja da da müsste doch eigentlich nur waffenteil sein nee bei mir liegt da nix so man vielleicht hättest du es mal liegen gelassen bevor du es nimmst weil dann wäre es mal interessant ob das ja das wäre interessant vielleicht gibt es ja nur einmal auf die welt und ich kann das vielleicht irgendwie war das wieder die schrotflinte oder was oder die alte pistole halt aber jetzt dann wäre es interessant gewesen ob es bei mir allgemein dargelegen hätte jetzt ja ich Du bist irgendwie gleich da, darum dass du so weit weg bist. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Oh Mann! Ja gut, aber das ist ein Bug, da dürfte eigentlich nicht mehr drin sein im Spiel, ganz ehrlich. Und wenn du jetzt in dein Inventar gehst, hast du immer nur noch einen Waffenteuer drin? Ja ja, nur die alte bis zu Teil 2 von Jomos und halt Kugeln. Okay. Ach, das ist doch kackend. Also das Ehre hat mich dann schon hart, ne? Ja ja, das ist irgendwie scheiße. Auch nicht gut. Warum wird es dunkel? Ja. Ähm. Moment, wieso habe ich zwei Fleischstückchen in meinem Inventar? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich speichere schnell! Ha! Ah! Jetzt wollte ich grad sagen, wir könnten jetzt nochmal versuchen den alten Spielstand zu laden. Und dann nochmal herzulaufen. Ach so. Aber das hat sich grad erledigt. Nein! Nein, jetzt wird mir kalt, weil es auch noch regnet. Waren da grad Wolf-Geräusch? Ich habe auch irgendwelche Geräusche gehört. Ich weiß mal, vorher machen darf man es bisschen verlaufen können. Ich weiß jetzt grad nicht, wie das ist. Dieses Atmen? Hörst du das auch? Oder dieses, hä? Hä? Moment! War das grad'n Tunt? Dieses komische, hm, Diurla. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Ich weiß, du hast ja grad gespeichert, aber ich noch nicht. Man könnte eventuell... Ach so, du hast nicht gespeichert? Nein, also man könnte eventuell nochmal laden. Ich weiß zwar nicht, wie es jetzt bei dir ausschaut, wenn du dann vor mir speicherst. Nee, 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 ich speicher nur mein Charakter. Ach so, aber... Also ich speicher wirklich nur mein Charakter, also mein Inventar speicher. Mehr mach ich nicht. Aber kann ich jetzt eigentlich von hier... Nee, wir müssten zurück ins Hauptmenü. Je nachdem, also... Man könnte eventuell nochmal... Sollen wir es nochmal probieren. Weil jetzt wissen wir sehr, wo es ist. Gut, dann gehen wir mal kurz zum Hauptmenü zurück. Dann probieren wir es nochmal, okay? Okay, probieren. Hier sind eindeutig irgendwo Viecher, ne? Ja. Ja, ja. Zurück zum Hauptmenü. Gut, also tut uns leid, aber wir wollen es immer ganz kurz ausprobieren. Geht los. Lad mich hein. Juhu, bin dran. Sorry. Dann hast du eine Einladung bekommen. Willkommen. Toschpilen. Ist drin, oder? Ja, ja, ich bin dran. Gut, dann starte ich gleich mal nochmal. Jetzt müssen wir ja wieder auf der Yacht starten. Es tut uns sehr leid, aber wir wollen das jetzt ja wissen. Und bitte nicht aufheben, bevor ich auch da bin. Ja. 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 Jetzt habe ich zwar gerade überlegt, ob wir sagen, wir brechen die Aufnahme nochmal ab. Von vorne an. Nee, scheiß drauf. Ja. Ja. Ihr könnt ja nochmal kurz vorspulen dann. Oder ihr schaut nochmal zu, weil wir sind aber richtig cool, ne? Hä? Hm? Lol, du bist hinten beim Lagerfeuer gespawnt. Lol. Das... Wie schaut es mit dem Loch jetzt aus? Leer. Leer? Ja. Das ist jetzt skurril. Moment, bei mir. Hey, das ist jetzt... Ich habe es noch nicht aufgenommen, also ich habe es noch nicht im Moment. Aber das Loch ist offen. Das Loch ist offen und leer. Also bei mir ist leer. Gut, dann liegt es aber also nicht daran, dass ich es davor schon aufgenommen habe. Aber das ist trotzdem richtig ärgerlich. Ich finde es gerade kurios, warum ich dort, äh, dort spawne. Ja, aber du da gespeichert hast wahrscheinlich. Ja, aber ich eigentlich dachte immer, dass ich nur meinen Charakter speicher und meinen Inventar speicher. Anscheinend nicht. Also du kannst wohl deinen Charakter selber speichern. Bist du immer noch beim Loch? Ja, ja, ich... Ich warte hier. Gut. Ist hier nichts passiert in der Zeit, also... Ich sammle da waren noch ein paar Sticks, weil... Ich glaube die Sticks habe ich jetzt nicht mehr, Inventory. Nee, Sticks habe ich keine mehr. Ja, ja, Sticks habe ich auch. Ja, muss man sammeln und so. Hier kann man so viele Sticks sammeln. Ich weiß noch, wo wir mal irgendwo waren. War das am Anfang jetzt? Das ist eine weiche Story, wo wir unbedingt Sticks gebracht haben, um zu schlafen. Und wir haben einfach keine Sticks gefunden. Und jetzt... Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass irgendwie die Wälder noch dichter und mehr, 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 mehr... Grünes, also mehr Büsche und so. Ja. Alter, war das so weit weg. Alter, bist du immer noch bei diesem Loch? Ja. Lol, war das so weit weg, oder was? Boah, jetzt habe ich dich irgendwie... Alter, bist du... Alter, ich lauf hier gerade und lauf und lauf und lauf. Ah, ich bleib langsam näher, ich mich. Tschüss, Dicks. Ich bin jetzt richtig gespannt, ob das drin liegt oder nicht bei dir. Liegt drin, ja. Echt? Ja. Was für eine Scheiße. Ja, das verstehe ich jetzt einfach mal gar nicht. Das ärgert mich schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Aber das eine Teil hast du ja trotzdem aufgeben. Das eine Teil habe ich, ja. Das eine, aber das war mit Sprengen und die anderen zwei Löcher waren bei mir offen. Merkulich. Gut, das war es aber auch bei mir offen. Da unten war ich nur ein Schiff, ne? Das war... Oh mein... Bist du runtergefallen? Sag bitte nicht, dass du jetzt runtergefallen bist. Sag bitte... Ohne Schaden, ohne Schaden. Alles gut. Ich habe es überlebt. Tja. Und wir kommen jetzt wieder hoch? Den Weg hochgehen einfach. Ich gehe trotzdem mal kurz zum Bötchen. Ja, schau mal, was da drin ist. Das ist irgendwas... Seil und das Ausdruckgang. Danke viel. Da unten hatten wir doch auch unseren ersten Kampf. Ja, da unten waren noch irgendwelche Eingeborene und so und so. Ich habe keine Wassen sonst. Nee, ich weiß es nicht mehr. Müsste ich in die erste Staffel nochmal reingucken. Lang, lang ist es, ja. Ja, das ist wirklich lange her. Ja. 2016 war das, glaube ich, oder? Ja. Ich möchte... Ich müsste... Hallo. Hä? Haben die das geändert? Ich wollte gerade sagen, ey. Ich komme hier fast nicht mehr hoch. Hä? Das haben die hier doch... Hä? Das haben die hier doch geändert. Das war doch... hä? Voll anders da, oder? Das war eigentlich so ein richtiger Weg eigentlich nach unten. Ja, weil da haben wir noch überlegt, da unten zu bauen. Das weiß ich noch. Da haben wir überlegt, da unten zu bauen und das... Wir haben gesagt, nee, das ist nervig, da die ganze Zeit hochzurennen, aber... Naja, das weiß ich auch noch. Das ist eher nervig, ich komme da... Nichts hoch. Doch, da kommst du hoch. Au. Oh, okay. Gott sei Dank. Nein, 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 jetzt, jetzt, ja. Oh, Gott sei Dank. Das wär's jetzt, ey, nochmal neu laden. So, genau, ähm. Staffel, äh, Staffel. Folge 31, nenn ich dann, das Lade-Management. Gut, aber jetzt blöd gesagt, ist es jetzt gar nicht mal so sinnvoll, jetzt wirklich nach diesen Waffentanz zu suchen irgendwie. Ja gut, man könnte ja trotzdem noch ne... Da, da, guck mal, das ist ein Dorf. Man könnte ja trotzdem noch... Das ist überall effektiv. Ähm, ähm, ähm... Ja, man kann schon danach zoomen und so. Ja, so... Und ich hoffe halt einfach, dass es dein Blücksack bei dir spawned, wenn ich's gekraftet habe oder so. Oh. Krass, Mann, das ist schon immer so ein großes Dorf. Wollte grad sagen, das ist ja riesig. Oh, stopp. Oh, hier ist ganz viel Dynamit. Oh, ganz viel Stoff. Und... Und trinken und... Ganz viel Stoff, oder? Holy Moly. Alter, hier gibt's richtig viele. Alter, das müsste man hier schon fast markieren. Oh Gott, hier... Ja, ich wollte auch... Ich hab auch gesagt... Wollte ich grad sagen, das müssen wir unbedingt markieren oder sowas, weil... Ja, wobei... Stoff kriegst man auch in der Höhle, ne? Alles ist ja... Stoff? Oh, ja. Ach, hier, Stoff. Die lassen wieder Geld fallen. Oh, ganz viel Stoff, geil, Alter. Lass ich meine Hut raus. Richtig viel Sodaseil. Ah, so... Alles, aber... Nee, das ist... Das ist... Das ist noch mehr Stoff. Da feilen. Alter, hier sind so richtig viele Hütten, oder? Richtig viele Leichen und so. Also, so groß war das nicht. Niemals. Also, ich bin jetzt wieder randvoll, ne? Ich hab komplett Snacks und trinken, bin ich schon wieder... Ich brauch's nicht... Ich brauch's nicht... Ich brauch's nicht... Ich brauch das ganze... Das ganze Soda kann ich gar nicht... Ich brauch's nicht mehr mitnehmen. Nee, Alter. Es ist randvoll. Nein. Ich hasse es. Hey. Hä? Hast du das schon mal gesehen? Nee, also, nee. Never ever. Das hab ich noch nie gesehen. Uh. Ach, da geht... No, da geht eh nicht. Ding runter. Ja, geil. Neuer... Oh. Oh mein Gott. Wie viel Stoff. Huh. Wir sind im Wunderland. Alter, ey. So ein Riesendorf. Niemals. Hey, es hat sich doch gelohnt, da bissl rumzugehen, Alter. Ey, die haben voll die Maps geändert. Treibstoff ist... Das kann ich nicht mehr mitnehmen. Hä, warum wird's jetzt schon wieder dunkel? Hä, Alter, wie weit das reingeht? Das ist ja ein Riesendorf. Das ist riesig. Das war letztes Mal noch nicht drin. Zum Glück sind die Einwohner nicht da. Oh, Treibstoff. Nochmal Treibstoff. Achso. Hey, da kann ich irgendwas essen. Das ess ich lieber nicht, weil ich's grad nicht sehe. Sollen wir zum Lagerfeuer gehen und uns schnell da was bauen und aufwärmen? Oder wo gehst du hin? Kann man machen, ja. Oh, ich kann grad nicht widerstehen, weil hier so viel Stoff ist. Ja, kommt, jetzt müssen wir noch kurz abfarmen hier. Holy shit. Hier ist auch ne Höhle oder so? Ich erkenne das grad nicht. Ich mach mal kurz das Licht an. Ah ne, hier ist ein Koffer. Alter, wie weit geht das hier noch runter? Oh, hier ist noch irgendwas zum Aufnehmen. Oh nein, es wird kalt. Es wird kalt, wir brauchen jetzt unbedingt. Mach, mach ein Feuer, mach ein Feuer. Oh ja. Hier ist Farbe. Hier, ich hab mich eingeschmiert. Ähm. Wen? Bist du grad bei mir vorbeigesprungen? Äh, nein. Da, wir haben Besuch. Oh ne, das ist grad richtig, richtig, richtig müß. Geben. Ich dachte, wir könnten das gleich. Ah ja. Vorsicht. Woah. Nicht gut, das hab mich richtig hart bewischt grad, ne? Das ist grad gar nicht. Oh nein. Wir müssen weg. Ich bin voll am Arsch jetzt. Das ist grad gar nicht gut. Weil ich, ich spiel grad. Okay, alles tot. Alles tot. Nein, ich falle runter. Ja, ja. Nein. Kommst du wieder hoch? Äh, ich weiß es nicht. Ich baue schon ein kleines Lagerfeuer. Alter, wie viele hältst du denn? Weil ich friere grad hart. Ah, der eine ist auch tot. Ich muss mich kurz aufwärmen. Bist du unten? Ja, ich bin dort, wo das Feuer ist. Gut, dann komm ich. Oh, die ist halt zuzuhren. Ah. Warte, ich hab hier mal ne Leiche fürs Lagerfeuer. Oh nein. Nein. Ich bin zu ein Idiot. Äh, ein Mutant. Ein Mutant. Oh shit. Also das geht grad gar nicht. Wir müssen Richtung, nach Hause oder Richtung, Wasserfall oder so. Irgendwo weg. Oh, 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 ah, ah, ah. Das war der Mutant, das war der Mutant. Ah. Ich will nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, ich brauch Wasser oder irgendwas. Alter, dass der so grad so schief geht. Hier ist Wasser, hier ist Wasser. Oh, oh. Ich geh, ich geh einfach ins Wasser. Ich geh einfach ins Wasser rein. Ja, ich bin auch, ne. Aber ich fühle mich nicht. Oder auf einer Insel oder sowas, tun wir schnell ein Lagerfeuer. Bitte, 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 bitte. Kann man durch ihr frieren sterben? Aber ich glaub nicht so schnell. Kommt da, da ist die Insel. Können wir schon drüber? Boah, das war jetzt richtig. Das war vielleicht. Alter, so in der Dunkelheit jetzt. Boah, das war jetzt richtig ekelhaft. Holy shit. Ich brauch schnell. Ich brauch schnell ein kleines Lagerfeuer. Das Blöde ist, ich hab die Leiche ins Lagerfeuer werfen. Oh, ich kann sich anzünden. Ich kann sich anzünden. Ich kann sich anzünden. Ich kann sich anzünden. Und was? Was ist denn für ne Scheiße? Hä? Neuer Versuch. Wir gehen die Stücke aber gleich aus. Das ist gut. Hä? Lol. So ne Kacke heute. Oh, ich sit da schon voll. Oh, das nervt mich so. Ich wollte die Leiche ins Lagerfeuer. Oh, ich hab Hunger. Ich muss das Snack essen. Boah, Alter, das war jetzt knapp. Das ist krass. Krass. Ich hab jetzt mal drei Snacks essen müssen. Fuck, und wir haben nichts markiert. Oh, das nervt mich jetzt. Da war aber auch ein Höhleneingang, dann das Dorf und sowas. Ja, wir können ja hier pennen und dann nochmal rüber gehen. Ja. Das war jetzt aber echt krass. Also... Das war jetzt richtig knapp. Vor allem jetzt noch ein Mutant, also das war jetzt heftig. Das war jetzt schon krass. So. Das regnet immer noch. Ich hab wieder Hunger. Ja, gut, ich esse einfach die Snacks und trink die Soda, weil da war so viel Soda. Gut, essen tue ich. Ach, ich hab ein... Ach gut, ich nehme das Fleisch, das kann ich hier grillen. Weil ich hab noch einen Vogel dabei. Ich hab noch einen Vogel dabei. Echt? Ja, ja, ich hab auch noch Fleisch. Ich hab auch noch einen. Aber ich hab auch einfach beides rein, weil das ist okay. Oh, das ist eine Aloe Vera. Geil. So. In... Äh... Health. Aloe Vera. Okay, das ist Sonnenhut. Und dann warst du noch in der Nacht und du frierst und oh, das war jetzt richtig ekelhaft. So. Dann, dann, dann geh ich mal wieder rüber. Kommst du? Ey, Mann, ich kroff grad bisschen Medizin. Vor allem, dann fall ich da runter, weil ich nix gesehen. Ähm. Ja? Wie macht man Shortcuts gleich wieder? Äh... Menü? Keine Ahnung. Ne, äh... Das war mit dem Rucksack irgendwie. Ah! Ja, ja, genau. Genau, gut. Ja, genau. Oder hab ich das eigentlich noch alles drin? Kostik-Ax? Health. Ah, ja, genau. Jetzt ist noch alles drin. Ähm. Warte, ich muss mal schnell Wasser abkochen. Naja, wenn das funktionieren, wird eine Menge... Da oben sind sie wieder. Oh! Da sind immer noch haufenweise. Lol. Nicht so gut. Ach komm, du altes scheiß Wasser einfach in den Topf. Hier wär ein See. Da geht's vielleicht leichter. Ja. Ja, hier geht's super. Also... Weißt du... Das war doch früher nie ein Problem, oder? Hm. Weniger, ja. Hm. Weniger, ja. Ich überlege mal, ob wir Soda trinken? Ja, sicher da oben war so viel Soda. Ja. Ich trinke was Soda. Kannst du schwenden, wie kacke. Das haben wir so einen Überfluss. Ja. Scheiß auf Wasser. Ich möchte mal ein bisschen was mit Geschmack haben. Also ich bin wieder beim Dorf, glaube ich. Gut, ich komm schon hin. Ach, da liegt eine Leiche, die du kaputt gemacht hast. So. Kann ich mir das auch mal... Ja, die andere Leiche liegt wahrscheinlich unten im Lager voll. Ja. Aber eigentlich hätten sie dich doch anbeten müssen, oder? Weil du ja eigentlich in Farbe getrunken warst. Ah ne, es hat ja geregnet. Glaubst du wirklich, dass es abgewaschen wird? Ähm. Äh, wir haben Besuch. Ich seh's. Ach fuck, und ich hab immer noch keine... Warte, 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 warte. Ich bin jetzt in Farbe getrunken. Ich nicht. Das irritiert mich grad ein bisschen. Der lässt mich in Ruhe. Ah, wir brauchen die Haut. Kill it. Ach, scheiße. Scheiße, die Stühle. So viel dazu das hätte ich... Ach, leck mich da. Geh mal ein bisschen weg, ich muss hier... Okay, er brennt schon mal? Nein, ich hälte mich. Ich zünd grad mal Molly. Loll, der hat... Der hat... Der hat einen Bauch. Loll, der hat... Der kann Bäume fällen. Okay, das ist... Neu, oder? Hm. Was wir machen könnten, wäre hier ein kleiner Schlafplatz. Und jedes Mal, wenn wir da sind, können wir auch schlafen. Theoretisch. Oder? Ja. Oh... Oh... Oh, Gott, rocket, Day, avait... Oh... Lot, der hat mich erwischt. Der hat mich echt erwischt. Ich bin fast tot. Nicht... dein ernst. Doch, der hat mich fast mit einem Baum gekillt. Lol... Naja doch nicht. Habe ich wohl einfach nur übersehen. Könntest du? Könntest du aufhören? Ich darfst das haben wir mit mir helfen, weil den jetzt killt? Ja okay, Moment. Neue Molli. Weil da hinten sind schon wieder, äh da hinten sind schon wieder Eingeborene. Oh, Alter, in dem Dorf läch' ich aber! Alter, geh halt endlich mal drauf, du, indem ich wieder aushält. Meine Ausdauer ist flöten. Ey, pass mal kurz auf, ich tu mal schnell. Er kommt, er kommt, er kommt! Er kommt! Er roll, das war grad geruckelt bei mir. Loll, ich hab Inti, ich weiß nicht wie, ähm, der ist auf die Tauch in die Hand genommen. Ja, das passiert mir ständig, wenn ich da mal Panik irgendwie. Das ist cool, also wenn du's wegmachen willst, ist das cool. Ey, wie viel hält der denn aus? Das ist ja sehr übel. Ey, warte schon, immer so übel. Und wieder ein Baum. Wenn wir mal so einen Mutanten bei uns in der Nähe haben, dann müssen wir den erstmal durch den ganzen Wald schicken. So, ich hab mal ein paar Pfeile von dir aufgenommen, jetzt kann ich da ein bisschen mit. Hey, du hast auch nur billig Pfeile, Mann. Das stimmt doch gar nicht. Doch, du hast auch nur die selbstgemachten Pfeile dabei. Nee, das stimmt gar nicht. Ich seh doch, welche Pfeile ich da hab. Die Pfeile, die ich jetzt grad aus diesem Typen herausgezogen hab, sind diese ganz billigen Pfeile. Yay. Ja gut, theoretisch ist ja jetzt unsere Rüstung dann voll, oder? Ja, zwei Teile am Rüstung. Nee, drei, drei waren es doch nicht. Gut, warte, ich hab keine billigen Pfeile dabei. Ich hab nur gute Pfeile. Ja, das ist irgendwie komisch dann. So, jetzt muss ich noch gucken, hab ich irgendwo Stoff übersehen? Da nicht, da nicht. Alter, hier waren grad so viele, hast du das im Hintergrund gesehen? Da waren so viele grad in diesem Dorf. Alter. Ich würd gern die Stühle hier mitnehmen. Ich hör noch Muttern. Was? Ich bin tot. Lol, warum? Du wirst mir das nicht glauben. Es gibt doch die Gegner, die diese Tennisbälle doch anzünden und werfen. Jetzt hab ich grad versucht, den anzuzünden und ich hab vorher Schaden bekommen dadurch. Was? Weil ich hab gedacht, ach, wenn die den ja anzünden können, kann ich das bestimmt auch. Nein, ich sterb dabei. Alles klar. Das geht aber, oder wie? Die anzuzünden. Aber du verreckst dabei. Weil, das bringt dich natürlich unmittelbar, wenn du so einen Brennenden Tennisball für zwei Sekunden in der Hand hast. Oh, Alter. Das sieht echt übel aus, ey, deine. Da ist Schlamm. Oh, da hat Stoff nachgespawnt. Eigentlich so geil, wie viel Stoff war. Das Seil. Meinst du den da, oder was? Ne. Ne, der da mit dem Tennisschläger da. Oh, Stoff. Nochmal Stoff. Oh, ist so geil. So viel Stoff. Das sind zwei Hälften. Was sind da drin? Eine Flair oder sowas. Oh, da ist ein Koffer. Ein umgeöffneter. Juhu. Das war noch Kraft. Alter, hier ist richtig viel. Und das wird wahrscheinlich immer mal nachspawn. Was auch immer das grad war. Batterien. Geil. Oh, Batterien. Oh, Batterien. Oh, Batterien. Fändest du selbst. Da hab ich die Schaffnung. Mal. Ah, da hinten. Zwei Mutanten. Zwei Mutanten. Was? Ja, gut. Lass uns mal kurz hier was bauen, dass wir wissen, was hier in der Höhle ist. Was haben wir in der Höhle gemacht eigentlich? Ähm. Gelb war das, ne? Oder? Ich wüsste jetzt sonst nicht, was das Gelbe sein soll. Blau. Warum haben wir eigentlich... Blau war... Mit tauchen glaube ich, ne? Blau war Wasser, dass wir nur noch Wasser machen. Lila war... weiß ich nicht mehr. War Lila vielleicht zum Sprengen? Kann das sein? Ne, Gelb war Sprengen. Okay, wats dann... Dann war... Was ist denn Lila? War das Höhle? Ach du Scheiße. Ich bin weg. Ciao. Holy shit, Alter. Es waren so viele. Aber ist die Höhle da eigentlich dann neu? Irgendwie dieses große Dorf? Oder war die Höhle vielleicht immer da und nur das Dorf aus dem Rund dann? Ah, hier ist ein kleines Sächen. Ja, aber irgendwie da kämpfen, das ist schon... Also das ist ja heftig. Alter... Ja, also ich habe jetzt auch null Rundung, ne? Also... Ja, ich auch nicht. Ich will da grad echt nicht kämpfen. Das... Das ist aber echt übel, wenn du jetzt überlegst... Oh, da... Oh mein Gott, wie viel Aloe Vera! Ich kann's nicht mitnehmen! Ja, ich wollte auch grad sagen... Ich kann's nicht mitnehmen! Ja. Kannst du nicht so Energiedinger mischen? Äh... Heildinger? Wie geht das? Das war Aloe Vera, glaube ich, ne? Sonnenhut... Und... Ähm... Kringelblume. Aber man kann irgendwie nur 5 craften... Und irgendwie ist dann auch... Irgendwann voll... Ähm... Moment... Ich höre hier rumgeschreit... Jaaa... Vorsicht, Vorsicht! Oh, hier ist ein... Uch... Äh... Ja... Hier sind welche... Weg! Oh, die sind uns hinterher! Die sind uns hinterher! Die sind uns hinterher! Jaaa... Jaaa... Lalalala... Wo bist du? Wo bist du? Ich bin unten! Warte, ich komm zu dir hoch! Wo unten? Ich lauf grad einfach nur weg, ne? Ja, ich bin zu dir... Ich lauf in deine Richtung! Nein, da ist ne neue Siedlung! Ha! Häh! Hä? Hä? Ja, zwei Häuser zumindest... Also keine große diesmal... Ah! Aber auf diesem Plateau... Der alles an... Nein, komm! Ich kann mich gar nicht mehr an die ganzen Steine erinnern hier... Aber ich guck mal hier, was es hier so gibt! So da... Das ist schon mal gut! Oh nee, die sind hier immer noch! Ich glaub, die müssen wir diesmal killen irgendwie! Der folgt dir... Holy shit! Oh, Bären! Gar nicht mehr so schlecht! Aua! Schau nicht so! Drück dich! Weg da! Hä? Hörst du mich noch? Skull? Hallo Skull, hörst du mich noch? Oh, nöööööööööööööööööö... Hallo, hallo? Okay... ... Hallo? Okay... Anscheinend haben wir grad den Skull verloren. Ich brauche meine Beile wieder So Jetzt müssen wir da ganz kurz Gut, die Aufnahme ist eh beendet Kannst du mich hier ingame eigentlich hören, wenn ich rede? Wahrscheinlich nicht Oh, jetzt höre ich dich wieder Ah, ich höre dich auch Ich wollte gerade sagen, die Aufnahme ist eh eigentlich schon vorbei Ich wollte jetzt eigentlich die Aufnahme wenden und dann mal gucken was los ist Oder was gerade los war Aber wenn es jetzt eh wieder funktioniert Ja gut, wir sollten aber trotzdem irgendwo mal hingehen, wo es nicht die Leute sind Die haben uns gerade voll verfolgt Zumindest der eine Da waren gerade ganz viele So richtig viele Aber ich würde trotzdem gerne mal Na gut, vielleicht sollten wir uns erst Rüstung besorgen Bevor wir dann in die Höhle runtergehen, oder? Ja, also Stoff haben... also in die Höhle willst du gleich Aber ich habe jetzt 97 Stoff Was? Ich habe nur 74 Da hast du irgendwo mehr gesammelt wie ich Ne, ich habe einfach mehr im Inventarkopf noch Achso, ja, das kann sein Oh ja, aber das Stoff, ey Das müssen wir uns echt merken Ja Ja, so Teeflacke, die Lastmutter Lohnt das vielleicht dann? Doch Bleib da Da sind noch so viele Bären und so Geheil Ne, also ich muss sagen, die Tour hat sich voll gelohnt Die war richtig gut, ey Also Stoff, da ist die Höhle ja ein Witz dagegen Ja, also jetzt hätte ich niemals erwartet, dass das so gut läuft Oh Batterien, Geheil und Stoff, Geheil Oh Stoff, Geheil Hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas zum Sprengen, oder? Bei dem Riesenbaum Ich bin ja auch grad nicht so sicher Ah, hier ist das Sinkhole da unten Echt hoch Komm schon Sieht man es hier um, komm Ach da, das gute alte Sink Aber die haben die Map doch geändert Ja, so Bekommen manche ist doch nicht mehr so bekannt Also das Dorf war definitiv nichts da Also bei dem Baum hier, wir müssen jetzt die Folge wenden Ah ja, genau Da war ja was Gut, weil hier sind die ganze Zeit auch komische PC-Geräusche Die ganze Zeit piepst irgendwas im Hintergrund Und Discord und was weiß ich Ich muss jetzt mal gucken, was da alles los ist Jetzt schon wieder irgendein Geräusch Deswegen Gut, dann müssen wir mal gucken Dann beenden wir lieber mal die Folge, bevor der PC explodiert Danke fürs zu gucken Und bis zur nächsten Folge, würde ich sagen Ciao